397 Künstlerinnen und Künstler aus 53 Ländern sind eingeladen worden, der Oscar Academy beizutreten. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, sind unter den Neuzugängen einige namhafte Persönlichkeiten aus dem Showbusiness zu finden, allen voran Billie Eilish, 20, und ihr Bruder Phineas, 24. Billie Eilish und ihr Bruder befinden sich in bester Gesellschaft. Die beiden Geschwister haben dieses Jahr für No Time To Die aus dem gleichnamigen Bond-Film den Oscar für den besten Filmsong erhalten. Ebenfalls ausgezeichnet wurden 2022 die beiden Schauspieler Ariana DeBose, 31, und Troiko Zuer, 53, auch sie haben eine Einladung von der Academy erhalten. Auch die Belfast-Stars Jamie Doanen, 40, und Ketriona Belf, 42, hätten künftig die Möglichkeit, bei der Vergabe des begehrten Goldjungen Mitsubestimmen. Sie waren dieses Jahr für einen Oscar nominiert. Laut Mitteilung basiert die Auswahl der eingeladenen Mitgliederinnen und Mitglieder auf beruflichen Qualifikationen, wobei ein kontinuierliches Engagement für Repräsentation, Inklusion und Gerechtigkeit Priorität ist. 44% der Akademie-Mitglieder sind Frauen, mehr als 50% sind keine US-Amerikaner und 37% gehören Minderheiten an. Insgesamt hat die Oscar-Akademie 10.000 Mitglieder. Die nächste Verleihung des renommiertesten Filmpreises der Welt ist für den 12. März 2023 geplant. Spot on News CSP